Ich muss auch nebenbei noch Mox Mutter f***en oder den ein oder anderen Sprachgesangsrapper, muss ich dann auch auf der Straße verprügeln. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir eine Runde Suche und Zerstören, Farid. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung, ja. Okay, gut. So, ich nehme Drohne, Heldstorn, Blitzschlag. Warte, ich muss meine Streaks auch ändern. Ja, ich habe, welches Streaks spielst du gerne, so in Suche und Zerstören? Ja, so Scharfschützen ist schon extrem cool. Und das erreichst du auch regelmäßig im Suche und Zerstören? Ja. Okay, das ist krass, man. Heldig, Digga. Gut. Wenn du bereit bist, dann sag, dann starte ich. Ja, ja. Okay. Ich muss sagen, bei diesem Spiel ist das sehr häufig so, dass man wirklich auch dann in laufenden Sitzungen beitritt. Ja, das nervt krass, man. Das ist schon ein Manko an dem Spiel. Gucken wir mal, wie lange das schon läuft. Ach, weißt du, wir mischen uns da einfach mal ein, Farid. Da lassen wir uns doch gar nicht. Ich würde sagen, jetzt werden hier erstmal ein paar Mütter gef***t. So, wie sieht es eigentlich aus bei dir so? Hast du schon irgendwie bezüglich eines neuen Albums nochmal geguckt? Ob du da was demnächst rausbringst? Ja, ich muss gucken. Ich habe natürlich jetzt schon den etwas höheren Geldbetrag auf meinem Konto. Aber ich glaube, Mock muss nochmal in einem Album richtig zerfetzt werden. Ah, okay. Bist du schon gestorben oder lebst du noch? Nee, nee. Ich bin der Letzte hier. Ah, okay. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein für dich, diese vier Kills zu machen, denke ich mal. Nee, das ist nicht so das Problem. Okay, sehr gut. Ich glaube, ich habe auch jemanden mit Rucksack in der Lobby gesehen. Oh, der wird jetzt erstmal als erstes geholt. Ja, das ist er, glaube ich, gewesen. Ich glaube, das war der mit Rucksack. Das war der Last, glaube ich. Ich sage dir auch immer, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Da habe ich schon einen anderen gesehen hier. Und da wird der Letzte dann auch hier schön weg eliminiert. Digga, als ob du die Runde jetzt holst, Farid. Das wäre zu krass. Da hast du noch einen Gegner. Ja, er macht es schlau. Du hast noch sechs Sekunden ihn zu holen. Au! Da habe ich leider kassiert. Aber man sieht, ich habe das Spiel noch nie angefasst. Aber der Grundskill ist schon vorhanden. Ja, nee, das hast du super gemacht, Alter. Also du hast fast die Runde geholt. Ich habe mir auch einen Account von einem Kollegen ausgeliehen. Den Link könnt ihr gerne in der Beschreibung abchecken. Ja, genau. Das war von Snacks. Also korrekt, dass er dir den gegeben hat, Mann. Ja. Ähm, Snacks glänzt ja sonst häufiger eher durch sein verdammt kleines Glied. Aber... Äh, da habe ich was anderes gehört. Also... Also der Boy ist die Bitches schon gut am wegkocken. So, ich habe einen geholt hier tatsächlich. Ist unglaublich. Ähm, ja, also normalerweise sieht man dich ja eher so im Freihantelbereich vom McFit. So, wieso hast du jetzt überhaupt angefangen zu zocken? So, das musst du mir mal erklären. Ich muss sagen, ähm, nachdem ich, ähm, mein Bizeps aufs Maximale aufgepumpt habe. Und, äh, dann auch noch, äh, ein paar Rapper zerstört habe. Ähm, dachte ich mir, da musst du auch mal wirklich was anderes zerstören. Und, äh, aus dem Grund eigentlich. Und deswegen auch Suche und Zerstören wahrscheinlich, richtig? Ja. Okay, habe ich mir schon fast gehört. Weil, äh, meine Hauptbeschäftigung ist natürlich, äh, Sachen zu zerstören. Ah, okay, gut. Ja, nice. Ja, auf JBG4 können wir wahrscheinlich in naher Zukunft erstmal nicht, äh, hoffen, oder? Oder hast du da mit mir volle... Nein, da wird auf jeden Fall was kommen. Aber ich werde jetzt nicht, äh, näher darauf eingehen. Ah, okay, gut. Ich finde das auch nicht korrekt, dass du mich das hier in einem, äh, Video fragst. Oh, tut mir leid, Alter. Ich wollte jetzt nicht zu nahe treten. Oder, ich glaube, ich muss mal nach Berlin kommen und, äh, musste dann mal gehörig, äh, das Maul polieren. Okay, ja, nee, das, 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 lieber nicht, Alter. Lieber nicht. Ja, ich habe ja auch vorgestern, habe ich hier den, den Lars Unlimited in der, in der U-Bahn getroffen. Ja, der fährt sehr gerne U-Bahn. Weil für ein Auto hat er kein Geld. Und, ähm, meine Pupsfrau saugt gerade mit einem sehr hohen, ähm, Dezibel, im hohen Dezibel-Bereich. Aber ich glaube, dass... Ist sie, ist sie unterm Tisch, oder? Ja, genau. Ich wollte dich auch gerade fragen. Also, das Saugen von Frauen, das kennst du ja bestens. Das ist, äh, das ist mein zweiter Beruf. Ah, okay, krass. Ähm, bei, 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 bei was für Ausmaßen spricht man bei dir von deinem, von deinem Kock so? Was hat man da so... Hm, mein Glied ist schon sehr ausgeprägt. Ich will darüber auch sehr ungern reden, weil dann der Neid vieler Sprechgesangskünstler wiederkommt. Und, äh, die sind schon neidisch wegen meinem unermesslichen Rap-Skill. Und dann auch noch die Größe meines Gliedes, da ist ein Schuss für einige. Da wird sich auch mal der ein oder andere Strick genommen. Und, äh, die erhängen sich dann auch. Also, die kommen damit quasi gar nicht klar, sozusagen. Nee. Oh, ich sterb hier die ganze Zeit, lebst du noch? Ich guck jetzt mal, noch lebst hier. Ah, du bist leider auch schon hingeschafft. Ich bin, ne, schon... Guck mal bei Evil zu, was hältst du von seiner Spielweise hier bei... Ähm, ich muss sagen, diese Spielweise hat nur einen Vorteil und zwar, dass dich jeder auslacht. Das, äh, sehe ich auch ganz genauso. Was hältst du eigentlich so prinzipiell von Leuten, die, äh, deine Stimme einfach kopieren, wie dieser Charlie zum Beispiel, dieser YouTuber? Das ist ein, äh, das ist ein Untermensch. Also, das heißt, du kannst es gar nicht ab, wenn jemand deine Stimme so imitiert. Nee, das ist, äh, für mich untragbar. Ah, okay, gut. Untragbar wie dein, wie dein Cock wahrscheinlich, oder? Oder wie mein Portemonnaie. Genau. Das ist auch untragbar. Äh, weil ich hab mal gehört, Regel Nummer 4, du bist erst ein krasser G, wenn deine Brieftasche mehr als deine Waffe wiegt. Und das, äh, stammt ja auch von dir. Ja, das ist zwar ein schlechtes Album gewesen, aber das war eine richtig gute Line, die ich da rausgehauen hab. Ah, der Track war schon nice, Lutz. Also, da hast du dir schon Mühe gegeben, muss ich sagen. Der Beat war nice. Ja. Der war, der war nicht von schlechten Eltern. So, Farid, wir spielen jetzt hier die nächste Runde, Seaside Sunset, ähm. Der Untergang wird übrigens nur bei den Gegnern stattfinden. Ah, sehr gut, okay, gut. Ähm, da hab ich mal, äh, direkt ne kleine, ne kleine Frage. Und zwar, ähm, meine Freundin, die lässt mich nicht ran, ne? Mhm. Weil, ähm, sie möchte Jungfrau bleiben. Jetzt, äh... Da gibt es zwei Optionen, Arsch oder Mund auf Kleines. Ah, okay, gut. Das werd ich dann in dem Fall zu ihr sagen. Aber wenn, wenn die dann immer noch kein Loch gibt, dann, äh, wird sie auch auf die Straße gesetzt wie Pokerchips. Okay, gut. Ich glaube, dass die Line sogar von deinem guten Kollegen, äh, Kolle gebytet war jetzt in dem Fall. Ja. Da werd ich ihn... Ja, ja, wir haben aber die Tracks nie zusammengeschrieben. Also ist es, äh, nicht so wichtig. Ah, okay, gut. Ähm, ich bin jetzt hier, ich finde, hier sieht's, ich hab ja auch mal in Düsseldorf gewohnt. Ich finde, Seaside sieht schon so ein bisschen aus wie deren Dorf. Ich weiß gar nicht, äh... Das ist richtig, ja. Da gehst du, glaub ich, auch ins... Nee, wo bist du noch... Wo gehst du noch mal ins... Bist du da immer ins Fitnessstudio gegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich bin, äh... Ich hab mein eigenes Fitnessstudio. Ah, ah, ah. Weil, äh, liegt auch daran, dass, wenn ich das Fitnessstudio betrete, dass alle anderen das Fitnessstudio aus Angst verlassen. Ah, ach, deswegen. Das heißt, du musst dir gar kein eigenes kaufen, sondern du gehst einfach in ein öffentliches und die anderen Leute gehen dann einfach nach Hause. Genau. Meistens treffe ich mich da auch mit Kolle, weil da sind wir irgendwie gestört, da kommt keiner und will Fotos machen. Und, äh, deshalb geh ich dann immer in ein Fitnessstudio rein und ruf Kolle an. Ich sag, Kolle, komm mal jetzt her. Und, äh, ja. Hast du dir eigentlich überlegt, wie du so noch, äh, signen könntest? Weil du hast ja jetzt derzeit mit, äh, deinem, mit deinem Banger Musik hast du dir schon was aufgebaut. Wärst denn so dein derzeitiger, von denen, die du unter Vertrag hast, so dein Liebling? Also, wer hat am meisten Talent? Mein derzeitiger Liebling ist, äh, Casey. Weil der Typ ist, äh, ehrlich, real geblieben. Aber wen ich in Zukunft noch signen würde, äh, wäre Cockstar. Er hat schon einen Track mit dir, glaube ich, gemacht oder mit Sarcem Option. Und der Typ ist auf jeden Fall ein krasser Typ und deshalb würde ich den signen, ja. Also, der kann ja auch so ein bisschen, äh, Kampfsport. Das ist ja auch in deinem Leben relativ wichtig. Ich meine, Call of Duty ist ja quasi auch Kampfsport. Ähm, wie sieht es derzeit bei dir aus, ähm, so Wettkampfmäßig? Hast du da schon mal dem einen oder anderen gut auch mal auf die Fresse gehauen? Oder machst du das eher noch im Nachtclub? Wie sieht das da aus? Also, der ein oder andere hat auf jeden Fall schon mal einen Nasenbruch, äh, gekriegt. Äh, ob jetzt im Nachtclub oder nicht, das ist ja im Endeffekt egal. Also, du hast, es gibt da keine Regeln, nach denen du das machst oder so, sondern wie oft die Fresse kriegst. Es gibt nur eine Regel und das ist die Regel Nummer 1. Ähm, kannst du die nochmal erläutern? Echte Gangster haben kein Twitter. Ah, okay, ähm, ich hab ja zum Glück auch... Nein, ja, doch, muss ich ehrlich zugeben, ich hab leider auch Twitter. Das ist aber uncool. Ja, das werde ich auch nach dem, nach der Aufnahme direkt, äh, löschen und deaktivieren. Das ist sehr gut. Okay, super. So, ich, ich glaub, wir könnten jetzt mal versuchen, hier diese Runde mal zu gewinnen, das wär auch mal... Der Typ kommt da bei euch? Ja, ich habe ihn, äh, erschossen. Das ist sehr gut, ich erschieße auch immer ein paar Leute, aber nicht in Spielen. Also, du, ja, also, man hört ja immer viel, äh, so zum Thema Rücken, arabische Großfamilie, wie sieht, wie sieht das da bei dir aus? Also, äh, zahlst du da niemandem Schutzgeld, oder? Nein, das liegt daran, dass jeder Araber, ähm, äh, mein Familienmitglied ist. Ah, okay, das heißt, du brauchst dir gar keinen Rücken zu suchen, quasi? Ich hab Rücken von vorne bis hinten. Ah, okay, sehr gut. Und natürlich vom Fitnesstraining, ist das korrekt? Äh, ich wurde eigentlich schon so geboren, mit einem 44er Bizeps, aber einige denken immer, dass, äh, dass das von vielen Trainings kommt, aber das kommt eigentlich nur, weil ich so, äh, ultimativ reich bin und die ganzen Geldsäcke immer in die Bank schleppen muss. Ah, okay, okay, ja, okay. Ne, das, das dachte ich dann auch, wusste ich auch nicht vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich auch der Unterschied zwischen uns beiden. Ähm, ja, warum musst du mich jetzt hier so angehen? Ich meine, ich will das Video hier mit dir zusammen aufnehmen, quasi dir für das nächste Album auch so ein bisschen Promo geben und jetzt bleibst du mich hier an. Also, finde ich nicht in Ordnung eigentlich. Du kannst überhaupt froh sein, dass ich in dein Video komme. Also mach mal jetzt nicht den Move, Kollege. Ja, okay, ich bin jetzt auch ein bisschen eingeschüchtert gerade. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll, weil ich hab ja auch dann Angst, weißt du, um meine Familie, wenn du, wenn du mir hier drohst. Mir wurde auch bei meinem Auto, ähm, letzte Woche eine Scheibe eingeschlagen. Ich hoffe, dass du da aber nicht dahinter steckst, oder? Hm, das war ich. Ah, okay, ich hab's mir fast schon gedacht. Scheiße, Mann. Warum hast du das gemacht? Ich dachte, wer so ein billiger AMG fährt, der muss dann auch dafür bestraft werden. Ah, okay, also ab was? Weil unter S geht gar nichts. Ah, unter S, okay, gut. Das ist meine Devise. Was hältst du so, wo wir schon mit dem Thema S sind, was hältst du so von Carl S? Der hat keine Haare auf dem Kopf. Ich glaube, sonst darfst du dich da auch gar nicht äußern, oder? Weil das da auch zu rechtlichen Konsequenzen kommen kann. Ist das eigentlich noch ein laufendes Verfahren, oder bist du schon verurteilt? Äh, das wurde fein gelassen aufgrund dessen, dass ich dem Richter gut zugesprochen hab. Und dann hat er von sich aus gesagt, hör mal, das kehren wir alles unter den Tisch. Und dann hat sich das. Okay, okay, gut. Dann danke, Fahri, dass du heute bei meinem Video dabei warst. Das ist kein Problem. Okay, Leute. Dann checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab von Snacks. Und der hat ja immerhin den Account zur Verfügung gestellt, mit dem Fahri. Und das ist auf jeden Fall ein korrekter Typ. Also bei dem würde ich auf jeden Fall schon mal vorbeischauen. Und den ein oder anderen Like dalassen. Weil der wird auf jeden Fall noch groß rauskommen. Ja genau, also schaut mal vorbei, abonniert auf jeden Fall den Kollegen Snacks. Und lasst auch diesem Video gerne ein Like, da würde ich mich freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab. Dann bin ich erstmal raus für heute. Und checkt auf Amazon ein tolles neues Album ab. Monument, richtig? Genau. Okay, gut. Und checkt Monument ab, korrekt von dir, dass du da deinen Brawn nochmal ein bisschen unterstützt hier in meinem Video. Das finde ich sehr, sehr korrekt. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal.